Ich rief mich an und ich ging ran, und dann war ich ganz nah an mir dran. Ich rief mir zu, hey du, ich hör mir richtig zu, ich machte mich ein bisschen an. Erotisch, erotisch war meine Stimme, wie ich mir flüsternd zuhörte, flüsterte ich mir was zu. Ich rief mich an und ich ging ran, ich ruf mich an und ich geh ran. Ich sage mir, ha ha ha, ja, ich sag mir, diese Anrufung, diese Anrufung, ah, diese Anrufung, oh Mann, da könnte ich alles andere vergessen. Da gibt's auf einmal keine Probleme mehr. In dieser vollkommenen Anrufung höre ich nichts anderes außer mich rufen. Es fing schon an ganz schwer und leidvoll und ängstlich zu werden. Dann rufe ich mich halt an und sag mir dann. Dann habe Angst, lass es schwer sein, schlimm, grausam und proportioniert, begrenzt und phänomenal, individuell verstrickt. Ja, ich rufe mich an, ich gehe ran und kann es nicht steuern, es steuert mich und ich bin unberechenbar. Ja, ich bin unberechenbar, angerufen, angerufen, gerufen, ja, angerufen worden von mir selbst. Ich habe mich angerufen und rufe mich an, ich rufe mich an, ich lege auf, aufgelegt, ja. Und er spreche trotzdem weiter und ich spreche trotzdem weiter und ich rufe mich nochmal an. Hallo. 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 Ja, genau. Hab mich gehört. Ja. Hab mich gehört. Ich hör mich. Ich hör mich. Ja. Danke. Danke. Danke mir. Ich hör mich. Danke dem Wunder der sprechenden Sprache. Sprachesprechung. Sprachesprechung. Sprachung. Ach ja. Hm, hm.